Trotz der andauernden Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Elektroautos in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Das geht aus einer neuen Studie zur Elektromobilität hervor. Demnach hat sich die Zahl der Fahrzeuge mit E-Antrieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 63.000 verdoppelt. In China, einem der wichtigsten Automärkte, verzeichne man jedoch einen Trend in die andere Richtung. Dort ging die Zahl der neu zugelassenen E-Autos im gleichen Zeitraum um über 40 Prozent zurück. Der Bund und die norddeutschen Bundesländer haben sich über den Ausbau der Windkraft auf dem Meer geeinigt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Bis zum Jahr 2030 soll mit Windparks in der Nord- und Ostsee eine Kapazität von bis zu 20 Gigawatt Leistung realisiert werden. Die neue Vereinbarung ist Teil des umfangreichen Klimaschutzprogramms der Bundesregierung, das unter anderem vorsieht, den Ausbau von Ökostrom von derzeit 40 auf 65 Prozent zu steigern. Die Berliner Polizeiführung darf in Zukunft nicht mehr darüber urteilen, welche Tattoo-Größen und Darstellungen mit den Anforderungen für Beamte vereinbar sind. Diese Entscheidung dürfe nur das Parlament treffen. So lautet ein soeben veröffentlichter Beschluss eines Berliner Gerichts. Mit diesem Urteil gaben die Richter einem jungen Mann recht. Er hatte sich um die Einstellung in den Polizeidienst beworben, wurde aber vom Auswahlverfahren ausgeschlossen, weil er große Tätowierungen auf den Armen trägt. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer ist am Morgen auf der B42 zwischen Königswinter und Kreuzbonn-Ost verunglückt. Vermutlich hatte der Fahrer, der in Richtung Köln unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war mit seinem Ford-Fokus gegen die mittlere Leitplanke der Bundesstraße gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Nach der Behandlung am Unfallort wurde er von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Laut Polizeiangaben wird die B42 voraussichtlich noch bis zum Mittag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein. Dutzende verheerende Buschbrände wüten im Osten Australiens. Angesichts des warmen und trockenen Wetters stellen die Brände eine enorme Herausforderung für die Feuerwehrkräfte dar. Die Behörden in Sydney warnten gestern vor rauchbedingter Luftverschmutzung. Sie habe in einigen Gebieten ein gesundheitsschädliches Niveau erreicht. Menschen mit Herz- und Lungenerkrankungen seien besonders gefährdet. In den sozialen Medien berichteten Anwohner in den vergangenen Tagen immer wieder von Ascheregen und einem dichten Rauch, der die Sicht deutlich beeinträchtige. Umweltschützer zeigen sich entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Den Bränden seien bislang mehr als eine Milliarde Tiere zum Opfer gefallen. Ein umsichtiger Anwohner hat am Dienstagabend der Polizei in Marburg wertvolle Hilfe geleistet. Der Mann vereitelte einen Einbruch in ein Nachbarhaus im Villenviertel. Er hatte beobachtet, wie zwei Unbekannte, bepackt mit großen Rucksäcken, in ein Fenster einsteigen wollten und laut gerufen. Als die Täter mit einem Auto flüchteten, notierte er sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Dank seiner Hinweise konnten die Täter noch am Abend gefasst werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Sendung Schlaglicht. Ich bin Nicola Reimer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema ist heute Weniger Arbeit, mehr Leben. Und darüber spreche ich mit Thomas Hirschbaum. Hallo, Herr Hirschbaum. Ja, guten Abend, Frau Reimer. Herr Hirschbaum, Sie hatten einen verantwortungsvollen Posten bei einer großen Telekommunikationsfirma, auf den Sie lange hingearbeitet haben und waren also beruflich ziemlich erfolgreich, oder? Ja, das kann man so sagen. Nach dem BWL-Studium habe ich zuerst in der IT-Abteilung eines Logistikunternehmens gearbeitet. Dann habe ich die Branche gewechselt und bin ziemlich schnell aufgestiegen. Erst zum Teamleiter, dann zum Abteilungsleiter. Ich habe also eine ganz klassische Karriere im Management gemacht. Dabei war ich für viele innovative und spannende Projekte verantwortlich und habe knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Was hat Sie damals angetrieben? Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich konnte Ideen entwickeln und verwirklichen, kreativ sein. Außerdem habe ich es genossen, Personalverantwortung zu haben und Entscheidungen zu treffen. Und der Erfolg ist natürlich ein schöner Lohn. Wenn ein Projekt richtig gut läuft, wenn man die Konkurrenz überholt, wenn die Chefs begeistert sind. Das ist ein tolles Gefühl und gut fürs Ego. Und gut verdient haben Sie sicher auch. Ja klar. Wenn man 60 Stunden pro Woche arbeitet, kann man auch erwarten, dass sich das im Gehalt niederschlägt. Ja. Ich hatte ein dickes Konto und einen schicken Dienstwagen. Und das hat mir gut gefallen. Finanziell musste ich mir keine Sorgen machen. Ich komme nicht gerade aus einem reichen Elternhaus. In meiner Familie wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. Es hat mich stolz gemacht, dass ich nicht über Geld nachdenken musste. Das war sicher auch eine Motivation für mich, viel zu arbeiten. Gab es für Sie noch ein Leben neben der Arbeit? Na ja, anfangs schon. Ich habe in den ersten Jahren meines Berufslebens oft mit Kollegen nach der Arbeit gefeiert. Später dann eine Familie gegründet, ein Haus gebaut. Doch allmählich hat die Arbeit immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Meistens kam ich abends so spät nach Hause, dass die Kinder schon im Bett waren. Und weil die Arbeit so anspruchsvoll war, hat sie mich natürlich auch gedanklich noch zu Hause beschäftigt. Es ist mir über die Jahre immer schwerer gefallen, eine klare Grenze zu ziehen, Feierabend zu machen, die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Ich konnte nicht abschalten. Auch am Wochenende hatte ich eigentlich immer die Arbeit im Kopf. Das hat mir dann auch ein schlechtes Gewissen gemacht und meine Ehe belastet. Ich hatte eigentlich nie richtig Zeit. Weder für meine Familie noch für meine Freunde und schon gar nicht für mich. Was ist dann passiert? An meinem 40. Geburtstag hat meine Frau eine Party für mich organisiert. Ein Freund hat mich gefragt, was ich machen würde, wenn ich ein halbes Jahr lang frei hätte. Ich habe gelacht und gesagt, du, da fällt mir viel ein. Aber als ich genauer darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich keine einzige Idee hatte. Ich konnte mir mein Leben nicht mehr ohne Arbeit vorstellen. Das fand ich schlimm. Ein paar Tage später wäre mein jüngerer Bruder fast bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ja, ich glaube, das sind dann Momente, in denen man anfängt, über sein Leben nachzudenken und sich zu fragen, was wirklich wichtig ist. Das klingt fast wie ein Klischee. Ja, stimmt. Das geht wohl vielen Menschen so, dass sie sich in der Mitte ihres Lebens noch mal neu überlegen, wie es weitergehen soll. Wie ging es denn für Sie weiter? Mir ist klar geworden, dass ich gern mehr Zeit hätte. Also habe ich überlegt, welche Möglichkeiten ich habe und viele Ideen durchgespielt. Ein Sabbatjahr machen, kündigen, einen neuen Job suchen, mich selbstständig machen, Hausmann werden. Das hat mich alles nicht überzeugt. Dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen. Der hatte sofort eine Idee, auf die ich selbst nicht gekommen bin. Er hat vorgeschlagen, dass wir uns meinen alten Job teilen könnten. Es war nicht ganz einfach, meinen Chef davon zu überzeugen, dass auch die Arbeit von Führungskräften mit Teilzeitstellen erledigt werden kann. Aber er hat uns nach einigen Diskussionen die Chance gegeben, das zu beweisen. Und wie läuft es mit der Teilzeitarbeit im Management? Erstaunlich gut. Ich denke, wir arbeiten zu zweit mit zwei halben Stellen effektiver als mit einer Vollzeitstelle. Eben weil wir noch Zeit haben, durchzuatmen. Weil wir Freizeit haben und wieder Freiheit spüren. Das weckt neue Kreativität. Nicht nur im Job. Mein Leben fühlt sich seitdem viel leichter an. Ihr Portemonnaie aber auch, oder? Ja, sicher. Aber Geld ist nicht alles. Ich habe das mit meiner Familie besprochen. Und wir waren uns alle einig, dass wir lieber auf Luxus verzichten und dafür mehr Zeit miteinander verbringen können. Ich glaube, alle sind froh, dass ich jetzt entspannter bin. Die Arbeit ist mir immer noch wichtig. Aber sie ist nicht mehr mein Lebensinhalt. Ich definiere mich nicht mehr nur über meinen Job. Vielen Dank, Herr Hirschbaum. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind Sie dran. Haben Sie Fragen an unseren Gast? Oder möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen? Dann rufen Sie an unter der Nummer 0873. Sie stehen auf dem Bonner Hauptbahnhof und warten auf den Zug nach Hamburg. Sie hören die folgende Durchsage. Achtung an Gleis 1. Eine Durchsage für Reisende mit dem Intercity 865 nach Hamburg. Aufgrund einer Weichenstörung hält der IC 865 heute nicht in Bonn Hauptbahnhof. Reisende mit dem Ziel Hamburg werden gebeten, den Regionalexpress RE8 nach Köln-Messe Deutz zu nehmen, der heute um 10.32 Uhr von Gleis 2 fährt. In Köln haben Sie dann Anschluss an den ICE 23 nach Hamburg, den Sie ohne Aufpreis nutzen können. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Sie hören folgenden Veranstaltungshinweis im Radio. Beim jährlichen Siegburger Literaturfestival erwartet Sie wieder einmal ein äußerst abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Dazu sind rund 40 Lesungen in zwei Tagen geplant. 18 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, von internationalen Bestseller- Autoren bis zu regionalen Newcomern lesen an zum Teil ausgefallenen Locations aus ihren neuesten Werken. Ein aufregender Krimi im Polizeipräsidium, ein romantischer Liebesroman im Blumenladen, ein packender Psychothriller im Gewölbekeller einer alten Brauerei, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Literaturfestivals frei. Allerdings ist die Zahl der Plätze vielfach begrenzt. Wer sicher sein will, einen Platz zu bekommen, kann sich per E-Mail anmelden unter literaturfest at siegburg.de. Sie rufen eine Service-Nummer an und hören folgendes. Sie sind mit dem Anschluss der Firma Sanitärbedarf Frieda und Hansen verbunden. Leider können wir Ihren Anruf zur Zeit nicht persönlich entgegennehmen. Sie erreichen uns telefonisch unter der Woche zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen möchten, vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Vielen Dank und auf Wiederhören! Sie hören im Radio folgende Warnung. Laut einer Mitteilung der Polizei muss das Musikerviertel von Hermannsheim am heutigen Donnerstag bis 15 Uhr evakuiert werden. Der Grund für diese Maßnahme der Polizei ist der Fund einer Fliegebombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe war bei Bauarbeiten in der Mozartstraße gefunden und dabei leicht beschädigt worden. Rund 2000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Sie müssen vorsorglich ihre Wohnhäuser für zwei Stunden verlassen und dürfen sich nur jenseits des Herzogrings aufhalten. Die Bombe soll gegen 16 Uhr von Spezialkräften entschärft werden. Sie sind in einem Kaufhaus und hören folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, guten Tag und herzlich willkommen! Möchten Sie Ihren Liebsten oder Ihre Liebste zum Valentinstag mit einem wirklich außergewöhnlichen Geschenk überraschen? Dann lassen Sie sich auf unserer Sonderausstellung im Erdgeschoss inspirieren. Dort finden Sie verrückte Geschenkideen für Sie und ihn in allen Preisklassen. Natürlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Ausstellung auch gern für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Oder soll es doch lieber etwas ganz Klassisches sein? Ein bezaubernder Ring oder eine Kette mit Ihrem Namen? Ein Eau de Toilette oder Aftershave mit einem betörenden Duft? Dann sind Sie im dritten Obergeschoss genau richtig. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Einkauf. Über Erfahrungen sprechen Ich möchte von einem Film erzählen, der für mich wichtig ist. Es handelt sich um eine Serie mit dem Titel Babylon Berlin. Das ist ein Krimi, der in den 1920er Jahren in Berlin spielt. Die Handlung ist sehr kompliziert. Es geht natürlich um Verbrechen, aber auch um Politik. Mir gefällt die Serie deshalb sehr gut, weil man so viel über die Zeit, also über die 20er Jahre erfährt. Das Thema ist für mich besonders interessant, weil wir ja auch gerade in den 20er Jahren leben. Im Film sieht man deutlich, wie es den Menschen nach dem Ersten Weltkrieg ging. Viele waren sehr arm oder arbeitslos. Es gab kaum Wohnungen in der Stadt. Darüber hinaus waren viele der Männer, die als Soldaten im Krieg gekämpft haben, verletzt oder krank. Aber es gab auch eine andere Seite. Wilde Partys, Drogen. Es wurde gefeiert und getanzt. Man darf ja nicht vergessen, dass die Leute Spaß haben wollten. Sie wollten den Krieg vergessen. Die Hauptfiguren sind Kommissar Gereon Rath und seine Assistentin Charlotte Winter. Sie verstehen sich sehr gut und kämpfen für das Recht und die Gerechtigkeit. Besonders spannend ist, dass man nie weiß, wem man vertrauen kann. Selbst bei der Polizei gibt es viele Verbrecher. Das hat mir deutlich gezeigt, wie unsicher das Leben damals war. Und noch etwas ist mir wichtig. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind super. Die meisten kannte ich vorher zwar nicht, aber ich finde, dass sie alle sehr gut spielen. Ich habe alle Folgen der Serie innerhalb weniger Tage angesehen. Ich konnte kaum aufhören, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht. Das klingt spannend und super interessant. Mich würde noch interessieren, ob die Serie sehr brutal ist. Ja, schon. Die Verbrechen sind ziemlich brutal und es sterben wirklich viele Menschen. Meistens ist es auch sehr dunkel. Der Film macht also nicht unbedingt gute Laune. Wir diskutieren über das umstrittene Thema Wahlrecht für Kinder. Sollen Kinder wählen dürfen? Zu dieser Frage gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch eine Stimme haben sollte. Ich finde es nicht fair, dass man in vielen Ländern erst ab 18 wählen darf. Warum erlaubt man das nicht schon Jugendlichen ab 14 oder ab 16 Jahren? Ich denke, das wäre für junge Menschen eine gute Motivation, sich politisch zu engagieren. Ich sehe da also vor allem Vorteile. Ich halte es auch für wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Zukunft mitgestalten können. Allerdings bleibt für mich die Frage, ob Kinder oder Jugendliche genug Erfahrung haben, um zu wählen. Können sie wirklich politische Entscheidungen treffen? Dafür muss man ja viel wissen. Man muss sich nicht nur über die Parteien informieren können, sondern auch die Hintergründe von politischen Entscheidungen verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass das erst ab einem bestimmten Alter geht. Da möchte ich widersprechen. Ich denke, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob man sich für politische Themen interessiert. Ich kenne Jugendliche, die sich mit Politik deutlich besser auskennen als viele ältere Leute. Erwachsene dürfen wählen, auch wenn sie keine Ahnung von Politik haben. Bei Kindern ist das plötzlich ein Argument gegen das Wahlrecht. Das ist einfach ungerecht. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass in einer Demokratie alle wählen dürfen. Ich sehe da allerdings eine Gefahr. Kinder und Jugendliche lassen sich sehr leicht beeinflussen, sowohl von ihren Eltern als auch von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Das spricht gegen ein Wahlrecht für Kinder. Ist das wirklich so? Das ist meines Erachtens kein gutes Argument. Ich bin da anderer Meinung. Auch Erwachsene sind leicht zu beeinflussen. Zum Beispiel von den sozialen Medien oder von ihren Freunden und Bekannten. Und das ist meiner Einschätzung nach nicht schlimm. Ich lese viel Zeitung und das beeinflusst mich natürlich auch. Trotzdem kann ich ja wählen, wie ich möchte. Ich gehe davon aus, dass sich bei einem Wahlrecht für Kinder die Politik deutlich verändern würde. Das ist ein Argument dafür. Wenn Kinder wählen dürften, dann müssten die Politiker und Politikerinnen auch um die Stimmen der Kinder kämpfen. Vielleicht sprechen sie dann so, dass jeder sie leicht versteht. Vielleicht spielen dann auch Themen wie Umweltschutz eine größere Rolle. Das kann sich nur positiv auf die Politik auswirken. Ja, das kann schon sein. Das dürfte ein Vorteil sein. Aber mal ganz ehrlich. Es kommt mir sinnlos vor, dass Kinder wählen, wenn sie nicht einmal lesen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Eine Möglichkeit wäre, dass dann die Eltern für die Kinder wählen. Allerdings halte ich das für ungerecht. Dann hätten Eltern mehr politische Macht als Menschen, die keine Kinder haben. Das ist auch nicht fair, oder? Ja, das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt. Und ich sehe das genauso. Ich bin auch nicht dafür, dass Eltern für ihre Kinder wählen. Jedoch gibt es da eine einfache Lösung. Denn selbst wenn alle wählen dürfen, muss ja niemand wählen. Wer nicht wählen kann oder will, wählt einfach nicht. Für mich ist entscheidend, dass jeder wählen darf, der möchte. Ja, das verstehe ich. Ich denke, wir sind uns in vielen Punkten einig. Am Anfang war ich skeptisch. Aber jetzt denke ich, dass das Wahlrecht für Kinder okay ist. Ich bin sehr gespannt, ob es bald das Wahlrecht für Kinder geben wird. Ja, ich auch. Und ich fand unsere Diskussion sehr interessant. Danke. Gemeinsam etwas planen Wir haben die Aufgabe, ein Wochenende für eine Gruppe von Jugendlichen zu planen. Das soll in einer Stadt stattfinden. Ich würde vorschlagen, dass wir Bonn nehmen, weil ich mich am besten auskenne. Was hältst du davon? Ja, das ist super. Da kann man auch viel unternehmen. Zuerst brauchen wir eine Unterkunft für die Gruppe. Ich kenne ein Hostel, das relativ günstig ist. Eine andere Möglichkeit wäre die Jugendherberge. Aber die liegt in Bonn auf dem Venusberg. Das ist weder zentral noch gut zu erreichen. Das ist dann wohl unpraktisch. Kannst du zu dem Hostel noch etwas genaueres sagen? Ja, das Hostel liegt in der Altstadt. Dort, wo viele Studierende wohnen. Von dort können die Jugendlichen fast alles zu Fuß erreichen und sind schnell am Busbahnhof. Das ist perfekt. Okay, dann sind wir uns bei der Unterkunft schon einig. Dann müssen wir nur noch Ideen für das Programm sammeln. Hast du Vorschläge? Wie wäre es mit einem Besuch im Deutschen Museum? Da gibt es immer gute Ausstellungen zu Technikthemen. Ich glaube, das kann für Jugendliche spannend sein. Das klingt gut. Was hältst du denn vom Haus der Geschichte und vom Beethovenhaus? Ja, das stelle ich mir zwar beides auch interessant vor. Aber meiner Meinung nach sollten wir nicht nur Museen und Ausstellungen besuchen. Ich würde maximal zwei Museen aussuchen. Dann bin ich für das Haus der Geschichte. Denn das ist nicht nur für Musikfans interessant. Einverstanden. Wir brauchen aber noch andere Ideen. Vielleicht etwas mit Bewegung und Sport? Man könnte zum Beispiel klettern gehen. Ich bin unsicher, ob das nicht so gefährlich ist. Vielleicht wäre eine Rallye durch die Stadt besser. Die könnten wir organisieren mit verschiedenen Aufgaben, die die Jugendlichen erledigen müssen. Dabei könnten sie die Stadt besser kennenlernen. Das ist eine tolle Idee. Allerdings muss man so eine Rallye gut vorbereiten. Ich befürchte, dass das viel Arbeit wird. Ja, stimmt. Vielleicht wäre es besser, wenn wir in der Touristeninformation fragen, ob es solche Rallyes schon gibt. Das kann ich übernehmen. Gern. Was denkst du, was könnte man abends machen? Ich kenne eine Karaoke-Bar, in der immer gute Stimmung ist. Ehrlich gesagt, ich halte das für keine gute Idee. Dafür muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Aber als Alternative könnte ich mir vorstellen, dass wir im Hostel einen eigenen Karaoke-Abend organisieren. Bist du damit einverstanden? Ja, klar. Gern. Wollen wir unseren Plan nochmal zusammenfassen? Wir können festhalten, dass wir beide für die Unterkunft im Hostel sind. Genau. Und für das Programm haben wir uns auf das Deutsche Museum, das Haus für Geschichte und eine Stadtrallye geeinigt. Außerdem wollen wir einen Karaoke-Abend organisieren. Trotz der andauernden Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Elektroautos in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Das geht aus einer neuen Studie zur Elektromobilität hervor. Demnach hat sich die Zahl der Fahrzeuge mit E-Antrieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 63.000 verdoppelt. In China, einem der wichtigsten Automärkte, verzeichne man jedoch einen Trend in die andere Richtung. Dort ging die Zahl der neu zugelassenen E-Autos im gleichen Zeitraum um über 40 Prozent zurück. Der Bund und die norddeutschen Bundesländer haben sich über den Ausbau der Windkraft auf dem Meer geeinigt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Bis zum Jahr 2030 soll mit Windparks in der Nord- und Ostsee eine Kapazität von bis zu 20 Gigawatt Leistung realisiert werden. Die neue Vereinbarung ist Teil des umfangreichen Klimaschutzprogramms der Bundesregierung, das unter anderem vorsieht, den Ausbau von Ökostrom von derzeit 40 auf 65 Prozent zu steigern. Die Berliner Polizeiführung darf in Zukunft nicht mehr darüber urteilen, welche Tattoo-Größen und Darstellungen mit den Anforderungen für Beamte vereinbar sind. Diese Entscheidung dürfe nur das Parlament treffen. So lautet ein soeben veröffentlichter Beschluss eines Berliner Gerichts. Mit diesem Urteil gaben die Richter einem jungen Mann recht. Er hatte sich um die Einstellung in den Polizeidienst beworben, wurde aber vom Auswahlverfahren ausgeschlossen, weil er große Tätowierungen auf den Armen trägt. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer ist am Morgen auf der B42 zwischen Königswinter und Kreuzbonn-Ost verunglückt. Vermutlich hatte der Fahrer, der in Richtung Köln unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war mit seinem Ford-Fokus gegen die mittlere Leitplanke der Bundesstraße gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Nach der Behandlung am Unfallort wurde er von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Laut Polizeiangaben wird die B42 voraussichtlich noch bis zum Mittag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein. Dutzende verheerende Buschbrände wüten im Osten Australiens. Angesichts des warmen und trockenen Wetters stellen die Brände eine enorme Herausforderung für die Feuerwehrkräfte dar. Die Behörden in Sydney warnten gestern vor rauchbedingter Luftverschmutzung. Sie habe in einigen Gebieten ein gesundheitsschädliches Niveau erreicht. Menschen mit Herz- und Lungenerkrankungen seien besonders gefährdet. In den sozialen Medien berichteten Anwohner in den vergangenen Tagen immer wieder von Ascheregen und einem dichten Rauch, der die Sicht deutlich beeinträchtige. Umweltschützer zeigen sich entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Den Bränden seien bislang mehr als eine Milliarde Tiere zum Opfer gefallen. Ein umsichtiger Anwohner hat am Dienstagabend der Polizei in Marburg wertvolle Hilfe geleistet. Der Mann vereitelte einen Einbruch in ein Nachbarhaus im Villenviertel. Er hatte beobachtet, wie zwei Unbekannte bepackt mit großen Rucksäcken in ein Fenster einsteigen wollten und laut gerufen. Als die Täter mit einem Auto flüchteten, notierte er sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Dank seiner Hinweise konnten die Täter noch am Abend gefasst werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Sendung Schlaglicht. Ich bin Nicola Reimer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema ist heute Weniger Arbeit, mehr Leben. Und darüber spreche ich mit Thomas Hirschbaum. Hallo, Herr Hirschbaum. Ja, guten Abend, Frau Reimer. Herr Hirschbaum, Sie hatten einen verantwortungsvollen Posten bei einer großen Telekommunikationsfirma, auf den Sie lange hingearbeitet haben und waren also beruflich ziemlich erfolgreich, oder? Ja, das kann man so sagen. Nach dem BWL-Studium habe ich zuerst in der IT-Abteilung eines Logistikunternehmens gearbeitet. Dann habe ich die Branche gewechselt und bin ziemlich schnell aufgestiegen. Erst zum Teamleiter, dann zum Abteilungsleiter. Ich habe also eine ganz klassische Karriere im Management gemacht. Dabei war ich für viele innovative und spannende Projekte verantwortlich und habe knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Was hat Sie damals angetrieben? Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich konnte Ideen entwickeln und verwirklichen, kreativ sein. Außerdem habe ich es genossen, Personalverantwortung zu haben und Entscheidungen zu treffen. Und der Erfolg ist natürlich ein schöner Lohn. Wenn ein Projekt richtig gut läuft, wenn man die Konkurrenz überholt, wenn die Chefs begeistert sind. Das ist ein tolles Gefühl und gut fürs Ego. Und gut verdient haben Sie sicher auch. Ja klar. Wenn man 60 Stunden pro Woche arbeitet, kann man auch erwarten, dass sich das im Gehalt niederschlägt. Ja, ich hatte ein dickes Konto und einen schicken Dienstwagen. Und das hat mir gut gefallen. Finanziell musste ich mir keine Sorgen machen. Ich komme nicht gerade aus einem reichen Elternhaus. In meiner Familie wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. Es hat mich stolz gemacht, dass ich nicht über Geld nachdenken musste. Das war sicher auch eine Motivation für mich, viel zu arbeiten. Gab es für Sie noch ein Leben neben der Arbeit? Naja, anfangs schon. Ich habe in den ersten Jahren meines Berufslebens oft mit Kollegen nach der Arbeit gefeiert. Später dann eine Familie gegründet, ein Haus gebaut. Doch allmählich hat die Arbeit immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Meistens kam ich abends so spät nach Hause, dass die Kinder schon im Bett waren. Und weil die Arbeit so anspruchsvoll war, hat sie mich natürlich auch gedanklich noch zu Hause beschäftigt. Es ist mir über die Jahre immer schwerer gefallen, eine klare Grenze zu ziehen, Feierabend zu machen, die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Ich konnte nicht abschalten. Auch am Wochenende hatte ich eigentlich immer die Arbeit im Kopf. Das hat mir dann auch ein schlechtes Gewissen gemacht und meine Ehe belastet. Ich hatte eigentlich nie richtig Zeit. Weder für meine Familie, noch für meine Freunde und schon gar nicht für mich. Was ist dann passiert? An meinem 40. Geburtstag hat meine Frau eine Party für mich organisiert. Ein Freund hat mich gefragt, was ich machen würde, wenn ich ein halbes Jahr lang frei hätte. Ich habe gelacht und gesagt, du, da fällt mir viel ein. Aber als ich genauer darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich keine einzige Idee hatte. Ich konnte mir mein Leben nicht mehr ohne Arbeit vorstellen. Das fand ich schlimm. Ein paar Tage später wäre mein jüngerer Bruder fast bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ja, ich glaube, das sind dann Momente, in denen man anfängt, über sein Leben nachzudenken und sich zu fragen, was wirklich wichtig ist. Das klingt fast wie ein Klischee. Ja, stimmt. Das geht wohl vielen Menschen so, dass sie sich in der Mitte ihres Lebens nochmal neu überlegen, wie es weitergehen soll. Wie ging es denn für Sie weiter? Mir ist klar geworden, dass ich gern mehr Zeit hätte. Also habe ich überlegt, welche Möglichkeiten ich habe und viele Ideen durchgespielt. Ein Sabbatjahr machen, kündigen, einen neuen Job suchen, mich selbstständig machen, Hausmann werden. Das hat mich alles nicht überzeugt. Dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen. Der hatte sofort eine Idee, auf die ich selbst nicht gekommen bin. Er hat vorgeschlagen, dass wir uns meinen alten Job teilen könnten. Es war nicht ganz einfach, meinen Chef davon zu überzeugen, dass auch die Arbeit von Führungskräften mit Teilzeitstellen erledigt werden kann. Aber er hat uns nach einigen Diskussionen die Chance gegeben, das zu beweisen. Und wie läuft es mit der Teilzeitarbeit im Management? Erstaunlich gut. Ich denke, wir arbeiten zu zweit mit zwei halben Stellen effektiver als mit einer Vollzeitstelle. Eben weil wir noch Zeit haben, durchzuatmen. Weil wir Freizeit haben und wieder Freiheit spüren. Das weckt neue Kreativität. Nicht nur im Job. Mein Leben fühlt sich seitdem viel leichter an. Ihr Portemonnaie aber auch, oder? Ja, sicher. Aber Geld ist nicht alles. Ich habe das mit meiner Familie besprochen. Und wir waren uns alle einig, dass wir lieber auf Luxus verzichten und dafür mehr Zeit miteinander verbringen können. Ich glaube, alle sind froh, dass ich jetzt entspannter bin. Die Arbeit ist mir immer noch wichtig. Aber sie ist nicht mehr mein Lebensinhalt. Ich definiere mich nicht mehr nur über meinen Job. Vielen Dank, Herr Hirschbaum. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind Sie dran. Haben Sie Fragen an unseren Gast? Oder möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen? Dann rufen Sie an unter der Nummer 0873... Sie stehen auf dem Bonner Hauptbahnhof und warten auf den Zug nach Hamburg. Sie hören die folgende Durchsage. Achtung an Gleis 1. Eine Durchsage für Reisende mit dem Intercity 865 nach Hamburg. Aufgrund einer Weichenstörung hält der IC 865 heute nicht in Bonn Hauptbahnhof. Reisende mit dem Ziel Hamburg werden gebeten, den Regionalexpress RE 8 nach Köln-Messe Deutsch zu nehmen, der heute um 10.32 Uhr von Gleis 2 fährt. In Köln haben Sie dann Anschluss an den ICE 23 nach Hamburg, den Sie ohne Aufpreis nutzen können. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Sie hören folgenden Veranstaltungshinweis im Radio. Beim jährlichen Siegburger Literaturfestival erwartet Sie wieder einmal ein äußerst abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Dazu sind rund 40 Lesungen in zwei Tagen geplant. 18 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, von internationalen Bestseller-Autoren bis zu regionalen Newcomern, lesen an zum Teil ausgefallenen Locations aus ihren neuesten Werken. Ein aufregender Krimi im Polizeipräsidium, ein romantischer Liebesroman im Blumenladen, ein packender Psychothriller im Gewölbekeller einer alten Brauerei. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Literaturfestivals frei. Allerdings ist die Zahl der Plätze vielfach begrenzt. Wer sicher sein will, einen Platz zu bekommen, kann sich per E-Mail anmelden unter literaturfest-at-siegburg.de. Sie rufen eine Service-Nummer an und hören Folgendes. Sie sind mit dem Anschluss der Firma Sanitärbedarf Frieda und Hansen verbunden. Leider können wir Ihren Anruf zurzeit nicht persönlich entgegennehmen. Sie erreichen uns telefonisch unter der Woche zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr, sowie am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen möchten, vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Vielen Dank und auf Wiederhören! Sie hören im Radio folgende Warnung. Laut einer Mitteilung der Polizei muss das Musikerviertel von Hermatsheim am heutigen Donnerstag bis 15 Uhr evakuiert werden. Der Grund für diese Maßnahme der Polizei ist der Fund einer Fliegebombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe war bei Bauarbeiten in der Mozartstraße gefunden und dabei leicht beschädigt worden. Rund 2000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Sie müssen vorsorglich ihre Wohnhäuser für zwei Stunden verlassen und dürfen sich nur jenseits des Herzogrings aufhalten. Die Bombe soll gegen 16 Uhr von Spezialkräften entschärft werden. Sie sind in einem Kaufhaus und hören folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, guten Tag und herzlich willkommen! Möchten Sie Ihren Liebsten oder Ihre Liebste zum Valentinstag mit einem wirklich außergewöhnlichen Geschenk überraschen? Dann lassen Sie sich auf unserer Sonderausstellung im Erdgeschoss inspirieren. Dort finden Sie verrückte Geschenkideen für Sie und ihn in allen Preisklassen. Natürlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Ausstellung auch gern für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Oder soll es doch lieber etwas ganz Klassisches sein? Ein bezaubernder Ring oder eine Kette mit Ihrem Namen? Ein Eau de Toilette oder Aftershave mit einem betörenden Duft? Dann sind Sie im dritten Obergeschoss genau richtig. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Einkauf! Ich möchte von einem Film erzählen, der für mich wichtig ist. Es handelt sich um eine Serie mit dem Titel Babylon Berlin. Das ist ein Krimi, der in den 1920er Jahren in Berlin spielt. Die Handlung ist sehr kompliziert. Es geht natürlich um Verbrechen, aber auch um Politik. Mir gefällt die Serie deshalb sehr gut, weil man so viel über die Zeit, also über die 20er Jahre erfährt. Das Thema ist für mich besonders interessant, weil wir ja auch gerade in den 20er Jahren leben. Im Film sieht man deutlich, wie es den Menschen nach dem Ersten Weltkrieg ging. Viele waren sehr arm oder arbeitslos. Es gab kaum Wohnungen in der Stadt. Darüber hinaus waren viele der Männer, die als Soldaten im Krieg gekämpft haben, verletzt oder krank. Aber es gab auch eine andere Seite. Wilde Partys, Drogen. Es wurde gefeiert und getanzt. Man darf ja nicht vergessen, dass die Leute Spaß haben wollten. Sie wollten den Krieg vergessen. Die Hauptfiguren sind Kommissar Gereon Rath und seine Assistentin Charlotte Winter. Sie verstehen sich sehr gut und kämpfen für das Recht und die Gerechtigkeit. Besonders spannend ist, dass man nie weiß, wem man vertrauen kann. Selbst bei der Polizei gibt es viele Verbrecher. Das hat mir deutlich gezeigt, wie unsicher das Leben damals war. Und noch etwas ist mir wichtig. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind super. Die meisten kannte ich vorher zwar nicht, aber ich finde, dass sie alle sehr gut spielen. Ich habe alle Folgen der Serie innerhalb weniger Tage angesehen. Ich konnte kaum aufhören, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht. Das klingt spannend und super interessant. Mich würde noch interessieren, ob die Serie sehr brutal ist. Ja, schon. Die Verbrechen sind ziemlich brutal und es sterben wirklich viele Menschen. Meistens ist es auch sehr dunkel. Der Film macht also nicht unbedingt gute Laune. Diskussion Wir diskutieren über das umstrittene Thema Wahlrecht für Kinder. Sollen Kinder wählen dürfen? Zu dieser Frage gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch eine Stimme haben sollte. Ich finde es nicht fair, dass man in vielen Ländern erst ab 18 wählen darf. Warum erlaubt man das nicht schon Jugendlichen ab 14 oder ab 16 Jahren? Ich denke, das wäre für junge Menschen eine gute Motivation, sich politisch zu engagieren. Ich sehe da also vor allem Vorteile. Ich halte es auch für wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Zukunft mitgestalten können. Allerdings bleibt für mich die Frage, ob Kinder oder Jugendliche genug Erfahrung haben, um zu wählen. Können sie wirklich politische Entscheidungen treffen? Dafür muss man ja viel wissen. Man muss sich nicht nur über die Parteien informieren können, sondern auch die Hintergründe von politischen Entscheidungen verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass das erst ab einem bestimmten Alter geht. Da möchte ich widersprechen. Ich denke, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob man sich für politische Themen interessiert. Ich kenne Jugendliche, die sich mit Politik deutlich besser auskennen als viele ältere Leute. Erwachsene dürfen wählen, auch wenn sie keine Ahnung von Politik haben. Bei Kindern ist das plötzlich ein Argument gegen das Wahlrecht. Das ist einfach ungerecht. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass in einer Demokratie alle wählen dürfen. Ich sehe da allerdings eine Gefahr. Kinder und Jugendliche lassen sich sehr leicht beeinflussen, sowohl von ihren Eltern als auch von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Das spricht gegen ein Wahlrecht für Kinder. Je älter man ist, desto unabhängiger ist man. Meiner Ansicht nach kann man erst als Erwachsener frei entscheiden. Ist das wirklich so? Das ist meines Erachtens kein gutes Argument. Ich bin da anderer Meinung. Auch Erwachsene sind leicht zu beeinflussen. Zum Beispiel von den sozialen Medien oder von ihren Freunden und Bekannten. Und das ist meiner Einschätzung nach nicht schlimm. Ich lese viel Zeitung und das beeinflusst mich natürlich auch. Trotzdem kann ich ja wählen, wie ich möchte. Ich gehe davon aus, dass sich bei einem Wahlrecht für Kinder die Politik deutlich verändern würde. Das ist ein Argument dafür. Wenn Kinder wählen dürften, dann müssten die Politiker und Politikerinnen auch um die Stimmen der Kinder kämpfen. Vielleicht sprechen sie dann so, dass jeder sie leicht versteht. Vielleicht spielen dann auch Themen wie Umweltschutz eine größere Rolle. Das kann sich nur positiv auf die Politik auswirken. Ja, das kann schon sein. Das dürfte ein Vorteil sein. Aber mal ganz ehrlich. Es kommt mir sinnlos vor, dass Kinder wählen, wenn sie nicht einmal lesen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Eine Möglichkeit wäre, dass dann die Eltern für die Kinder wählen. Allerdings halte ich das für ungerecht. Dann hätten Eltern mehr politische Macht als Menschen, die keine Kinder haben. Das ist auch nicht fair, oder? Ja, das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt. Und ich sehe das genauso. Ich bin auch nicht dafür, dass Eltern für ihre Kinder wählen. Jedoch gibt es da eine einfache Lösung. Denn selbst wenn alle wählen dürfen, muss ja niemand wählen. Wer nicht wählen kann oder will, wählt einfach nicht. Für mich ist entscheidend, dass jeder wählen darf, der möchte. Ja, das verstehe ich. Ich denke, wir sind uns in vielen Punkten einig. Am Anfang war ich skeptisch. Aber jetzt denke ich, dass das Wahlrecht für Kinder okay ist. Ich bin sehr gespannt, ob es bald das Wahlrecht für Kinder geben wird. Ja, ich auch. Und ich fand unsere Diskussion sehr interessant. Danke. Gemeinsam etwas planen Wir haben die Aufgabe, ein Wochenende für eine Gruppe von Jugendlichen zu planen. Das soll in einer Stadt stattfinden. Ich würde vorschlagen, dass wir Bonn nehmen, weil ich mich am besten auskenne. Was hältst du davon? Ja, das ist super. Da kann man auch viel unternehmen. Zuerst brauchen wir eine Unterkunft für die Gruppe. Ich kenne ein Hostel, das relativ günstig ist. Eine andere Möglichkeit wäre die Jugendherberge. Aber die liegt in Bonn auf dem Venusberg. Das ist weder zentral noch gut zu erreichen. Das ist dann wohl unpraktisch. Kannst du zu dem Hostel noch etwas genaueres sagen? Ja. Das Hostel liegt in der Altstadt. Dort, wo viele Studierende wohnen. Von dort können die Jugendlichen fast alles zu Fuß erreichen. Und sind schnell am Busbahnhof. Das ist perfekt. Okay, dann sind wir uns bei der Unterkunft schon einig. Dann müssen wir nur noch Ideen für das Programm sammeln. Hast du Vorschläge? Wie wäre es mit einem Besuch im Deutschen Museum? Da gibt es immer gute Ausstellungen zu Technikthemen. Ich glaube, das kann für Jugendliche spannend sein. Das klingt gut. Was hältst du denn vom Haus der Geschichte und vom Beethovenhaus? Ja, das stelle ich mir zwar beides auch interessant vor. Aber meiner Meinung nach sollten wir nicht nur Museen und Ausstellungen besuchen. Ich würde maximal zwei Museen aussuchen. Dann bin ich für das Haus der Geschichte. Denn das ist nicht nur für Musikfans interessant. Einverstanden. Wir brauchen aber noch andere Ideen. Vielleicht etwas mit Bewegung und Sport? Man könnte zum Beispiel klettern gehen. Ich bin unsicher, ob das nicht so gefährlich ist. Vielleicht wäre eine Rallye durch die Stadt besser. Die könnten wir organisieren. Mit verschiedenen Aufgaben, die die Jugendlichen erledigen müssen. Dabei könnten sie die Stadt besser kennenlernen. Das ist eine tolle Idee. Allerdings muss man so eine Rallye gut vorbereiten. Ich befürchte, dass das viel Arbeit wird. Ja, stimmt. Vielleicht wäre es besser, wenn wir in der Touristeninformation fragen, ob es solche Rallys schon gibt. Das kann ich übernehmen. Gern. Was denkst du, was könnte man abends machen? Ich kenne eine Karaoke-Bar, in der immer gute Stimmung ist. Ehrlich gesagt, ich halte das für keine gute Idee. Dafür muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Aber als Alternative könnte ich mir vorstellen, dass wir im Hostel einen eigenen Karaoke-Abend organisieren. Bist du damit einverstanden? Ja klar, gern. Wollen wir unseren Plan nochmal zusammenfassen? Wir können festhalten, dass wir beide für die Unterkunft im Hostel sind. Genau. Und für das Programm haben wir uns auf das Deutsche Museum, das Haus für Geschichte und eine Stadtrallye geeinigt. Außerdem wollen wir einen Karaoke-Abend organisieren. Wir können festhalten, dass wir die Unterkunft im Hostel sind.